Mein Name ist Regina Loy, ich bin die Frau von John Ross. Wir haben gemeinsam drei Kinder. Ich arbeite als Krankenschwester und als Naturheilpraktikerin. Und ich versuche in ein paar Sätzen diese Zeit zusammenzufassen, die Zeit von 15 Jahren. Also, seit 15 Jahren. Zu Beginn dieser Zeit machten wir rasch die Erfahrung, dass jemand wie mein Mann ohne Papiere keine Rechte hat. Ob schon damals die Behördung Gemeinde wusste, dass sich John Ross bei mir aufhaltete, musste ich eine Buße zahlen wegen illegaler Beherbergung. Als mein Mann unsere gemeinsamen Kinder anerkennen wollte, mussten wir eine Vaterschaftsklage machen. Auch heiraten konnten wir nicht ohne Papiere. Da die Liebe nicht ausreicht, in den Augen der Gesellschaft und der Bund der Ehe einzugehen. Er wurde in all den Jahren immer wieder wegen den fehlenden Papieren bestraft, obwohl das kaum zu glauben ist. Niemand wusste, wie er zu einer Aufenthaltsbewilligung kommen könnte. Bis wir dann einen Anwalt bezahlt bekamen und er dies nur in knapp drei Wochen zustande brachte, dass er eine Aufenthaltsbewilligung bekam. Und was war mit all den Jahren zuvor? Die Integration meines Mannes wurde alle mögliche und unmögliche Steine in den Weg gestellt. Anstelle alles daran zu setzen, inwiefern er in dieser Gesellschaft Hilfe braucht für die Integration, wurde mehr Zeit und Geld investiert, dagegen zu arbeiten. Die Zeit vor Jahren, als er für ca. 10 Monate in Haft war, konnte ich klar zusehen, wie es ihm immer schlechter ging. Ich liess keine Besuchszeit aus, versuchte ihm mit Liebe beizustehen. Mein Mann ist kein Krimineller, das weiss ich. Denn ich wäre nicht all die Jahre zu ihm gestanden, wenn dies der Fall wäre. Die Zeit liess dennoch seine Spuren, denn er musste viel von seiner Zeit und Energie in die Aufgaben setzen, wo er versuchte, versucht, den hingeworfenen Steinen auszuweichen. Nach wie vor, nach all den Jahren, musste er seine Energie wiederfinden, legte viel Liebe in den Versuch, uns als Familie gerecht zu wählen. Wir machten gemeinsam unsere Gedanken, was unseren Kindern gut tut und was schlecht. Die letzte Welle, meinem Mann etwas anhängen zu können, geschah, als wir in eine Polizeikontrolle kamen. Mein Mann war höflich gegenüber den Beamten, besuchte ein Gespräch mit ihm zu führen, doch wollte dieser dies nicht. Auch die Fragen, die mein Mann ihnen stellte, fanden sie lästig. Auf einmal kippte die Stimmung der Polizisten. Das geschah, als wir gut 20 Minuten im Auto gewartet hatten, mit Kindern, wohlgemerkt. Wir waren alle sehr geduldig und warteten in unserem Auto. Als der Polizist wieder aus seinem Auto ausgestiegen ist, kam er zu uns, gab mir die Papiere und wollte die Kamera von meinem Mann ergreifen. Der Polizist wurde handgreiflich, weil er nicht wollte, dass schon dies gefilmt hatte. Über drei Jahre zog sich in dieser Geschichte hin, bis nun nach allen Suchen der Behörden 20 Tage Haft bestimmen wurde. Sind es dann nur 20 Tage oder nur ein Versuch, daraus mehr zu machen? Dies löst für uns als Familie viel Stress aus. Das Vertrauen zum System wäre hier gefragt, doch bezüglich schon ist dies auf brüchigem Fundament gebaut. Ich gebe und gab alles für schon, einfach in Liebe. Aber reicht nun die Liebe aus, um unsere Familie beisammen zu halten? Ja, also du kannst bestätigen, dass der Polizist gelogen hat. Du warst ja dabei, an diesem Tag. Ja. War der aggressiv? Ja, er wurde ja handgreiflich. Ja, also das war dann am 8. April 2011, um 11.40 Uhr in Burgdorf. Kannst du das bestätigen? Ja, war ja dabei. Genau. Ist er einfach so ins Auto gegangen, ohne etwas zu fragen, total aggressiv? Ja, er wollte ja die Kamera wieder von dir, wollte sie besser laufen. Das war ja vorher schon, ist einfach im Auto gegangen, vorher schon, um irgendwie eine Wasserspritzpistole von den Kindern zu holen, weiß noch. Ja. Wie lange schätzt du, haben sie uns da verhaftet gehabt? Wir konnten ja nicht weg, ganze Familie verhaftet. Du warst ja hochschwanger, du musstest im Auto, in einem total heißen Auto ausharren. Wie lange denkst du, das Ganze hat gedauert? Ich habe vorhin gesagt, 20 Minuten. Nein, du hast gesagt, er war 20 Minuten im Auto. Ich frage dir das Ganze. Ja, vielleicht beinahe 3,4 Stunden, eine Stunde. Ja, das würde ich auch sagen. War es dir deutlich, dass er seine Befehle am Telefon bekommen hat? Hat es einen Persönlichkeitswechsel gegeben, vor dem Telefongespräch im Auto im Vergleich zu nachher? Wie gesagt, es war die Situation, die Behörden waren gekippt, dann war völlig anders. Also hat er seine Befehle bekommen am Telefon? Kann man daraus ziehen, ja. Denkst du, das könnte politisch sein, wegen der SVP, die hier an der Macht ist? Oder wieso denkst du, dass er solche derartigen Befehle bekommen hat? Ich meine, es ist keine Tatsache, aber es ist interessant. Ja, also, da müssen wir ein wenig weiter ausrufen, weil ich jetzt gar nicht alles versprechen möchte. Nein, darum geht es nicht. Hast du Angst dafür, dass die unsere ganze Familie kaputt machen? Ich meine, wir sind 15 Jahre zusammen. Bei mir geht ein ganzer Terror hier 17 Jahre. Hast du Angst dafür? Was sind die Auswirkungen auf die Kinder? Müssen sie den Terror auch miterleben? Ich meine, der Kilian, haben sie zweimal mit mir verhaftet, ohne irgendwelchen Grund? Wie siehst du das? Ich denke schon, sie erleben diese Gesellschaft auf ganz andere Art und Weise als ihre Schulkameraden, die dies alles nicht erlebt haben. Und wir versuchen es auch, du wie ich, versuchen es, diesen, wie du sagst, diesen Terror, diesen Angriff auch von ihnen fernzuhalten. Aber dies geschieht natürlich nicht, ist nicht wirklich möglich. Wie benehme ich mich unter den ganzen Terror? Ich meine... Habe ich vorhin geschildert, du versuchst immer noch viel Liebe und Verständnis uns als Familie gegenüber. Also unter diesem unmöglichen Terror bin ich eigentlich noch ruhig und geduldig? Ja, weil sonst ging es ja gar nicht. Okay. Möchtest du auch um Hilfe fragen, dass das mal aufhört für deine Familie, für die Kinder, an die internationale Gesellschaft? Ich denke, die Hoffnung steht wirklich zuletzt, wie man so schön sagt. Aber ich setze nicht sehr viel Hoffnung in eine Kamera, in ein Video. Aber ich wäre sehr dankbar, wenn Hilfe kommen könnte. Es ist ja tragisch, dass man so weit kommen muss, dass man gezwungen ist, um sich da auf dem Internet dazu bereitzustellen und für alle sichtbar. Was das angeht, weißt du ja meine Einstellung und bin ich sehr nöchtern. Weil einfach das System hier ein Terror-System ist und nicht funktioniert. Ja. Wirst du sonst noch etwas sagen? Nein, habe ich zusammengefasst. Ich mag es lieber, kurz und bündig. Hier ist mein jüngerer Sohn, der Rivan. Wie hast du das, du warst ja dabei an diesem Tag, am 8. April 2011 um 11.40 Uhr, war der Polizist aggressiv? Ja, sehr. Du saßt ja im Auto, du hast gesehen, wie der, der hat dich weggeschubst im Auto, um da irgendwie eine Wasserspritzpistole von dir zu holen, oder? Äh, ja. Hat er mich rumgeschubst? Äh, mehrmals. Und wie war ich, wie habe ich mich verhalten? Ganz freundlich. Ja, und ähm, hast du dadurch noch Vertrauen in der Polizei und die ganzen Behörden hier? Kein bisschen. Mhm, das ist ja tragisch. Okay. Also das hier ist Kilian, der ist mein Sohn, der ist 14 Jahre alt. Der war auch dabei an diesem Tag, am 8. April 2011 um 11.40 Uhr, mit diesen verlogenen Polizisten, der Kunz, Erika Kunz und Hans-Rudolf Küni. Wie hast du das erlebt, diesen Tag? Bist du auch verhaftet worden? Ähm, ja, die ganze Familie war verhaftet. Wie lange hast du ungefähr im Auto müssen aushaben? Das war ganz heiß, ne? Mami war schwanger und so. Zirka 40 Minuten. Mhm, stimmt, ja. Du hast auch gesehen, wie der Polizist am Telefon war, im Auto, ne? Ja, das stimmt. Wie lange hat es gedauert, dass er im Auto war? Zwischen 20 und eine halbe Stunde, wie ich sah. Ja. Wie hat er sich nachher verhalten im Vergleich vorher und nachher, nach dem Telefongespräch? Er wusste, was er zu tun hatte. Ähm, wie ist, wie, aber, ja genau, sehr gut, aber wie ist er geworden? War der normal im Vergleich zu vorher und nachher, oder ist er irgendwie, war der anders? Ja, ähm, er wohl, ja, ist ziemlich anders, ja. Wie denn? Ähm, eben wie ich gesagt habe, ähm, er wusste, was er zu tun hatte. Naja, okay. War der Polizist aggressiv? Extrem. Ja. Was hat er denn gemacht genau? Ähm, er hat meinem Vater die Kamera aus der Hand geschlagen ähm, und gedroht und so weiter. Hat er mich rumgeschubst? Ja, ziemlich. Mhm. Wie war ich, war ich, wie war ich ihm gegenüber? Ähm, nicht, gar nicht aggressiv, wie man sagt. Gar nicht. Habe ich sie gesagt zu ihm? Ja. Hand geschüttelt? Ja, alles höflich. Und, ähm, hat er dich auch weggeschubst, als du im Auto saßt und er hat er einfach, ist einfach im Auto gesprungen, hat er etwas gesucht? Und er hat eine Wasserspritzpistole? Ja, das schon. Aber, ich ging dann schon aus dem Auto. Genau. Ja. Ähm, ja. Hast du noch Vertrauen in die Polizei, die Schweizer Polizei, nachdem du das hier erlebt hast? Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist traurig. Also, sie haben gelogen. Ziemlich. Ähm, das war nicht das erste Mal. Also, die haben uns noch ein zweites Mal verhaftet. Kannst du da etwas an der Tankstelle, kannst du da etwas darüber sagen? Ja, ähm, sie laufen mit einem Foto von meinem Vater rum. Und, ja, sie wollen meinen Ausweis sehen. Ähm, den Ausweis von meinem Vater auch. Und haben die Rucksäcke durchsucht und so weiter. Ja. Alles ein Verbrechen. Wie ich so sagen kann. Ja. Weißt du noch, wann das war? Ähm, ich glaube, Ende Dezember 2011. Mhm. 28. kann das sein? Ja. Ja. Und gab es irgendwelche Gründe, uns zu verhaften, oder? Nee, das fällt mir nicht an, nee. Gar nichts. Ja. Ich halte um Himmel. Ja. Wie erlebst du den ganzen Terror, oder wie du das schon dein ganzes Leben hier, wegen, das hier erleben musst? Wie erlebst du das so? Ja, ähm, das ist schon zum ersten Mal ein Stress, wenn ich das so sagen kann. Ich kann nicht, ähm, mit meinem Vater kann ich nicht raus und so weiter, ja. Das ist ziemlich ein Stress, ja. Stimmt. Okay, würdest du sonst noch etwas sagen? Nee, da würde mich jetzt nichts anfangen, in kurzer Zeit, ja. Okay. Okay. Die Schweiz ist eine Faschistendiktatur, verknüpft mit der Schweizer Finanzmafia und politisch gefördert von extrem rechten Nazi-Parteien im Parlament, wo die Schweizer Nazi-Polizei organisiert und mit Rückendeckung der Schweizer Nazi-Justiz auf Befehl von Höhe einfach Sachen zusammenlügt, um Ausländer in den Knast zu kriegen. Um eben künstlich die Ausländer-Statistiken in die Höhe zu lügen, um im Parlament mehr Gesetze gegen Ausländer, Immigranten, andere Rassen und Andersdenkende zu veranlassen. Und genau das taten am 8. April 2011 zwei korrupte Schweizer Polizisten mit Namen Hans-Rudolf Küni, der Gott sei Dank zwei Monate später erschossen wurde wegen seinem gewalttätiges Profil und Erika Kunz. Diese Kunz und Küni haben auf Befehl bewusst gelogen, um mich schon ross, wieder das kriminelle Muster für Ausländer anzuhängen. Und meine Frau und Kinder haben alles mit ansehen müssen, wie Küni mich schlug, rumschubste und anschrie, was man deutlich im Film sehen kann. Hier sieht man ja, wie er seine Hand ausstreckt, um mich zu schlagen, um die Kamera aus der Hand zu schlagen. Und ja, das wollen die Schweizer, dieses Beweis wollen sie weg haben und dafür muss meine ganze Familie leiden. Dreieinhalb Jahre Hausarrest wegen das hier. Es ist doch deutlich. Schaut doch zu. Und ohne etwas zurückzutun, habe ich alles mal wieder einstecken müssen, wie weitere Schweizer Angriffe das hier bestätigen. Die korrupte Schweizer Faschistenjustiz versucht mich damit auf Mafia-Art zu erpressen. Dass wenn ich die Videobeweise nicht runterhole von YouTube, sie mich dann noch mehr Gefängnisstrafe und Schweizer Terror an mich und meine Familie zukommen lassen werden. Was diese Schweizer Justizverbrecher obendrauf, sogar noch schwarz auf weiß, in ihren Drohbriefen mir zukommen lassen, was ich hier als Beweis gefilmt habe und dazu lege. Es ist schon eine Schande, dass man sich auf die Transparenz des YouTube zurückgreifen muss und sich als ganze Familie in aller Öffentlichkeit wie an dem Pranger oder wie im Schaufenster präsentieren muss. Weil die Schweizer Justiz und dazugehörende Polizei total korrumpiert sind und die Staatsmacht unter politischem Druck zu Instrument des langjährigen Terrors missbraucht wird. Meine Frau ist Krankenschwester und Naturheilpraktikerin und sie hilft ihren Mitmenschen innerhalb und neben ihrer Berufstätigkeit und sie spricht aus Überzeugung hinaus immer die Wahrheit. Und meine Kinder sind aufrecht und dazu erzogen worden, Prinzipien wie Ehrlichkeit und Respekt zu würdigen. Ganz im Gegenteil zu diesen zwei kriminellen Schweizer Lügenpolizisten, Kunz und Küni und ihre Korrupte Vorgesetzten. Als Ausländer in der Schweiz weiß man, dass man vor einem Schweizer Gericht keine Gerechtigkeit widerfahren wird. Schlimmer noch, die werden dich provozieren, erniedrigen und deine Worte verdrehen, um einen noch mehr anhängen zu können. Und eben das habe ich schon mehrmals erlebt vom Schweizer Gericht. Also wieso überhaupt noch zu einer Schweizer Gerichtsverhandlung gehen, wenn die sich weder an die internationalen Gesetzen, noch an die eigenen Gesetze halten. Und die Schweizer Gerichte bloß lügen und betrügen, was das Zeug hält. Und zu den internationalen Gesetzen gehört eben, dass wenn ich einen Film veröffentliche, worin ich übrigens korrekt die Wahrheit über geschichtliche Ereignisse bespreche, dann hat diese korrupte Schweizer Justiz überhaupt keine Gerichtsbarkeit darüber. Weil ich meine Filme unter die Gesetze der Vereinigten Staaten bei YouTube in San Bruno, Kalifornien unter das First Amendment veröffentlicht habe. Und nicht in der Schweiz. Und dieses per Gesetz unmöglich unter die Jurisdiktion der Schweiz fallen kann. Weil ich ja gar nichts in der Schweiz veröffentlicht habe. Also gar nichts. Wenn Schweizer ehrlich wären und sich an den internationalen Spielregeln halten würden, dann müssten sie mich vor einem US-Gericht verklagen, da meine Veröffentlichungen stattgefunden haben, real geworden sind und das Prozess der Veröffentlichung zustande gekommen ist. Die Stand der Dinge in der Schweiz ist derartig entartet, dass du dich hier schlagen, anschreien, terrorisieren und erniedrigen und rumschubsen machen lassen musst von korrupten, aggressiven Schweizer Polizisten, die Sachen zusammenlügen und dass du darauf lieber nichts mehr darüber sagen darfst oder dich auf irgendwelche Art äußern darüber, weil es sonst noch mehr Gefängnisstrafe gibt in der Schweizer Faschisten-Diktatur. Und kurz darauf schickten sie mich oben darauf noch eine Antiterroreinheit, um mich auf Mafia-Art einzuschüchtern. Drei Pistolen auf meinem Kopf, überall bewaffnete, maskierte Typen, Handschellen, Fußschellen, ein Band über meine Auge, wie in einer CIA-Entführung, Morddrohungen, Schreier und so weiter. Und warum? Erstens, weil ich ein unerwünschter Ausländer bin, ohne Geld. Zweitens, wegen meiner historischen Dokumentars auf YouTube. Und drittens, weil ich die Schweizer Gesetze des Schweigens verbrochen habe und in der österreichischen Kronenzeitung bewiesen habe, wie der Wolfgang Umvogel in einem Schweizer Foltergefängnis in nur zwei Wochen Zeit geselbstmordet wurde. So wie Uwe Barschel, auch in der Schweiz, ne? Und auch wegen Politikfinanzen. Da ist dann die traurige Geschichte des Mordes an Uwe Barschel in zwei Wochen Zeit in einem Schweizer Gefängnis. Und darüber darf man in der Schweiz nicht reden, weil dann wird das sehr gefährlich. Und hier steht auch da, meine Name hier. Und das der mit O2T-Falter ist der Österreich umgebracht worden. Wegen Steuerdaten, wegen Steuerhinterziehung in der Schweiz. Und genauso wie Uwe Barschel und viele anderen, sobald es um große Finanzen geht, hier in der Schweiz, dann geht es nicht lange mehr, ne? Mit Kabel erhängt. Schau, ein lebenslustiger Mann hier. Ja, dann drücken Sie halt schnell Pause und dann können Sie es lesen. Und das hier ist der Art von Folter, der in Schweizer Gefängnissen praktiziert wird, vor allem auch Ausländer. Die Liste des Gestorbenen ist sehr lang. Und dieses Gefängnis ist irgendwann geöffnet worden, wegen der deutsche RAF in den 80er Jahren. Schön alles versteckt, so will die Schweizer das gern machen. Und da noch einige Beweisen in der Zeitung. Darüber, wie hier Menschen zu Tode gefoltert werden. Und da, wie es grün ist, das steht auch drin, da ist kein Sauerstoff vorhanden. Und das ist natürlich, das hat der Schweizer natürlich gern, ne? Das ist versteckt. So wie Uwe Barschel, man kommt niemand, niemand wird rausfinden, wie es gelaufen ist, hinter den Kulissen, unter dem Teppich. Totale Schweizer Art, ne? Hier auch. Am späten Nachmittag erinnert das Klima im zweiten Stock an ein Treibhaus. Und dazu sind die meisten Inhaftierten, die sind unschuldig. Die sitzen da drin, total basiert auf Schweizer Lügen, der Schweizer Justiz. Ich finde im Vergleich die französische Polizei als sehr korrekt, respektvoll und menschlich, die vor allem von der französischen Justiz und Politik kontrolliert werden. Im totalen Gegensatz im Vergleich zu der Schweizer Lügenpolizei. Ich habe seit 17 Jahren unter totalem Schweizer Faschistenterror leben müssen, wo sie mich als Ausländerkrimineller abgestempelt haben, was ich keineswegs bin. Ich habe kein Einkommen, kein Arbeitserlaubnis gehabt, nie sozial bekommen, lebe unter dem Existenzminimum und wenn ich krank bin, muss ich drei Tage trampen nach Frankreich, um mich behandeln zu lassen. Ich hätte gerne als Historiker auf einer Universität arbeiten wollen, aber weil die Schweizer alles daran getan haben, meine Integration zu verunmöglichen, ist es leider dazu nicht gekommen. Stattdessen muss ich hier den Behördenterror hinhalten. Und hier kann man in der Zeitung lesen, wie mehr als 10.000 Asylanten verschwunden sind. Und höchstwahrscheinlich sind sie eingeäschert worden, sowie in Auschwitz, was auch eine Schweizer Idee war. Und in diesem Film sind auch alle Beweise, wie die Schweizer auf alle Führungspositionen Auschwitz kontrolliert, die Verantwortung darüber hatten und alles finanziert haben. Es waren keine Deutschen mal, es waren alle Schweizer. Das ist die Schweiz, eine organisierte Verbrecherbande mit einem Land. Und ich sage euch, Schweizer und Schweizerinnen, dass meine Filme bleiben werden, trotz eurer Zensurmaßnahmen, Zensurerpressungen und weiterer bekannte mafiosen Methoden. Und irgendwann werden meine Filme millionenfach angeschaut werden und wird die Welt dadurch erfahren, was für Großverbrecher ihr Schweizer und Schweizerinnen in Wirklichkeit seid, hinter eurer Neutralität mit Schwindelfassade. Und hier in diesem Film auf Englisch habe ich nochmal festgelegt und bestätigt in meiner Aussage, dass ich niemals jemanden angreifen oder verletzen würde und nie mich selber umbringen würde und keine Depression habe, falls sie das trotzdem machen werden, da die Behörden. Und übrigens, weil so viele Ausländer in Schweizer Gefängnissen und Folteranstalten umkommen, verschwinden, sowie 10.000 Asylanten oder geselbstmordet werden, sowie Wolfgang Umvogel und viele andere, möchte ich Sean Ross nochmals bestätigen, dass ich mich niemals umbringen würde, keine Depressionen habe, noch sonst psychischen Beistand brauche, keine Medikamente nehme und niemand anders auf irgendeine Art verletzen werde. Mein Glauben und Instrumente, die ich mir bediene, sind Geduld, Transparenz, Ehrlichkeit und eine eiserne Disziplin, ganz im Gegensatz zum allgemeinen und weit verbreiteten Schweizer Betrug mit all ihren total entartenden Facetten, was sich nur mit einem Parasiten vergleichen lässt. Da, hier sind die offiziellen Papier der Behörden. Das waren die zwei Polizisten, die uns da belagert haben, Sachen zusammengelogen. Da, Erika Kunz, die lebt noch und da haben wir hier, da hat sie eine Strafe bekommen, der ist tot. Gott sei Dank, da kann keine Menschen mehr, da kann nicht mehr lügen und keine Menschen mehr Leid zu bringen. Das war ein höchst korrupter, aggressiver Polizist, auf Befehl, haben sie einfach Sachen zusammengelogen, um mich im Knast zu kriegen, wegen meiner YouTube-Filme. Da, das sind da die Lügen da. Das ist von Küni. Höchst aggressiver Polizist. Darum ist er auch tot. Der junge Mann hatte Angst bekommen und hat immer erschossen. Man wird geschlagen von der Polizei hier und die lügen Sachen zusammen, um dich im Knast zu kriegen, auf Befehl, was das sein Befehl immer so bekommen. und wenn man dann noch seinen Mund darüber aufmacht und sagt, hey, das geht ja nicht, das stimmt nicht. Na ja, dann kommst du noch mal vor dem Gericht hier, wo ich nicht gegangen bin, weil ich anerkenne das Schweizer Nazi-Gericht nicht mehr mehr. Ja, dann gehst du in den Knast, wenn du noch dich als Ausländer die Frechheit hast, um dich deinen Mund darüber aufzumachen oder so. Unglaublich. Also, du musst alles hinnehmen, Mund zuhalten, wie eine Diktatur. Ja, deshalb habe ich noch darüber geschrieben, einige Sachen, wie es wirklich ging. Und meine Frau und Kinder waren dabei, die haben hier alles gesehen. Es ist alles gelogen. Es ist alles Politik und hier regiert ja die Schweizer Nazi-Partei. Und dabei, wenn ich einen Film veröffentliche, dann habe ich das unter die amerikanische. Ich veröffentliche das in Amerika. Die Schweizer Justiz hat absolut keine Befügtheit darüber. Ich habe es unter die Gesetze Amerikas veröffentlicht. Und nichts Illegales gesagt. Das heißt Knast, Volltrugsverfügung, nur wegen YouTube-Filmen. Wenn man sagt, der Polizist hat mich geschlagen, hat gelogen, dann gehst du in den Knast hier. Das darfst du nicht sagen in der Schweizer. Du musst alles zulassen. Und das ist das Foltergefängnis, wo sie auf Wolfgang Umfolge wegen den Bankdaten der Österreicher die haben sich ermordet. Und ganz viele Ausländer ermordet. Und mich haben sie auch da gefoltert. Mal Sauerstoffentzug. Jetzt stecken sie mich wieder da drin. Die Schweizer SVP-Nazi-Partei, die brauchen einfach ausländische Verbrecher, die keine Verbrecher sind, um die Kriminalstatistiken künstlich zu erhöhen. Und nachher gehen sie zum Bundeshaus, in der Regierung und sagen, ja, die Ausländer, die sind so schlimm und so kriminell und so. Und ja, wir brauchen mehr Gefängnisse, mehr Polizei, wir müssen all die Ausländer auch schaffen und so. Da arbeiten sie denn da, die Schweizer. Es ist ein Faschistenstaat. Der braucht den Zweiten Weltkrieg finanziert. Der Himmler war ein ethnischer Schweizer. Der Mengele, ein ethnischer Schweizer. Alles allemal an der Schweizer Grenze geboren. Es waren keine Deutsche. Der Obergruppenführer, Reichsminister, Leonardo Conti, war ein Schweizer. Man nannte ihn auch der Schweizer Sadist. Und Ernst Rüden, Hitlers Mastermind, war ein Schweizer. Und auch Karl Jäger von den Einsatzgruppen. Alles Schweizer. Der Hitler wurde auch in der Schweiz finanziert von General Ulrich Welle, der mit der Schweizer Aristokratie von Bismarck reingeheiratet war. Und was fällt auf hier? Also wenn ich hier das Logo schaue, das Berner Wappen, was macht dann die Krone da? Regiert hier trotzdem der Adel? Obwohl die Schweizer sagen, wir haben ja direkte Demokratie. Was macht dann eine Krone da, wenn das Volk so genannt regieren sollte? Na ja, das hat Johannes ja gesehen in der Offenbarung. Das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Die Schweizer haben sieben Bundesräte oder sieben Präsidenten, die zehn Ministerien unter sich verteilen. und das ist der Bär, das Biest, was Johannes gesehen hat, der auch den Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen, gegen Deutschland auch, gegen Europa finanziert haben. Und die Templer waren ja Adelige, das waren keine Mönche. Auf jedem Brief steht es hier, wenn das Volk ja regieren sollte und das sind die Behörden, die ja regieren. Warum muss er dann eine Krone da drauf? Wacht doch auf! Das ist die alte Weltordnung, die noch immer jetzt die neue, das feudale System der Adelige, die noch immer jetzt regieren in der neue Weltordnung, was sich wesentlich nicht viel verändert. Und das ist dann der Schweizer Anwalt, der nichts macht. Das ist alles wie ein Entenschießen. Ich gehe auch nicht mal da dahin, das bringt sowieso nichts. Da, wie gemeine YouTube-Filmer. Bis im Knast. Musst du hier schlagen lassen, terrorisieren lassen, aber dann nochmal hier. Die Schweiz ist eine Diktatur, gehüllt in feine Milchschokolade. Und immer Geld und Gold, das wollen die Schweizer. Die klauen Geld über die ganze Welt und wollen noch nicht Geld. Ich habe kein Geld. Die haben mich nicht meine Arbeitsbewegung gegeben. Wieso sie Geld haben? die Also da, Montag, 10. November 2014, 9 Uhr, regional, Folter, Gefängnis in Bern. Ja, geht's im Knast wegen YouTube-Filmen. Ich habe nicht geschimpft, ich habe geschichtliche Fakten zusammengebracht und ich habe gesagt, dass es nicht gut ist, da was der Polizist macht, dass er gelogen hat. Oder ich bezahle 1300 Schweizer Franken, der ich nicht habe. Und um es einfach zu machen, macht der Schweizer Mafia noch einen Einzahlungsschein dabei.